Es ist dann immer schön, wenn es Leute gibt, die etwas klippen. Wobei mir jetzt gerade der Gedanke kommt, ich müsste mal gucken. Eigentlich habe ich das bei mir jetzt auch eingeschaltet. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal Clips machen. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Ich weiß es halt jetzt nicht genau. Müsste ich die Tage mal gucken. Ja, genau.